Red Faction Was ist das? Gelbes Licht. Was macht es? Es leuchtet gelb. Oh, so ein Zufall. Natürlich stirbt unser Führer. Na toll, und die hängen da. Ich hab dich gesehen. Ah, fuck. Was hält denn da so viel aus? Hau mal. So. Äh, wieso verliere ich Energie? Äh, äh. Hä? Wieso hab ich jetzt gerade konstant Energie verloren? Okay, das ist ne Lampe. Tja, rechts oder links? Rechts oder links? Rechts oder links? Egal, Hauptsache Feuerwehr. Achso, und, äh, speichern. Oh, bevor ich das wieder vergesse. Ja. Das war natürlich... What? Achso, der wird bestanden. Ich wollte gerade sagen, da schießt einer aus dem Boden. Das war natürlich ein super Spawn hier gerade. Direkt vor uns. Oha, wo, 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 wo. Also, ich glaub, der ist tot. Ihr könnt jetzt auch aufhören, auf den zu schießen. Na ja, gut. Dann schieß ich euch halt in die Beine. Au. Jetzt... Hä? Ja, jetzt bin ich tot. What the fuck? Wieso ziehen die mir konstant Energie ab? Ne, dann geh ich da nicht hin. Ne, seh ich gar nicht ein. Geh ich einfach mal hier lang. Wobei, hier wird vermutlich dasselbe passieren. Da liegt schon wieder ne Leiche. No. Bam. Okay. Das war ein... Uhohoho. Ach, kacke. Uh oh, Railgun ist böse. Oh. Glück gehabt. Gut, dann nehmen wir den ganzen Shit hier mal mit. Wobei, ich hab ja auch die Railgun. Ne, das ist sie nicht. Wo ist sie denn? Äh, Railgun, Railgun, Railgun. Railgun. Shotgun, Sniper, Pistole, Heavy Machine Gun, Rail. Rail Driver heißt sie hier, okay. Okay. Jetzt sind wir... Ne, sind wir nicht an der Stelle, wo wir eben waren. Ich speichere aber trotzdem mal. Sehen kann ich nichts. Hier komme ich nun wieder die... die hier. Okay. Okay, jetzt höre ich was. Vermutlich sind hier jetzt gerade irgendwelche gespawnt. Okay, irgendwie sind wir doch wieder... Hä? Von wo kommt das jetzt da hinten? Das war aber nicht der Typ mit dem Maschinengewehr. Das kommt von... Immer noch von da oben. Okay, dann nehmen wir doch mal wieder hier. Uh. Oh, hab ich mich erschrocken. Kacke. Kacke. Wieso zieht mir das jetzt konstant? Oh. Konstant Energie ab. Jetzt. Fuck, 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 fuck. Shit. Und tot. Also das finde ich jetzt irgendwie merkwürdig. Wieso verliere ich konstant Energie, wenn die mich einmal treffen? So, von wo kommt das? Da hinten kann ich noch nichts sehen, wo das eben herkam. Und das andere muss eigentlich von... Uah. Ah. Das war der. Keine Ahnung, wer du warst. Da muss ich jetzt aber echt vorsichtig sein, wenn ich nicht einmal getroffen werden darf hier. Da hinten ist noch einer und die anderen sind genau da oben. Shit, wieso sehe ich die nicht? Ist ja jetzt blöd. Das war der. Ja. Wieso sehe ich euch nicht da? Da waren zumindest Beine. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn erwischt habe. Den habe ich... Ah, kacke. Gehe ich halt weg. Aua, aua. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Aua, aua. Hilfe. Okay, ich habe es geschafft, aber... Ne, ich gehe da jetzt nicht zurück. Ich gehe hier ganz schnell noch weg. Sollen die doch da rumstehen. Ist mir egal. Ja. Neue. Neuer Bereich, was auch immer. Erstmal speichern. So. Nein, schon wieder sowas offen ist. Hier steht noch bestimmt... Natürlich. War ja klar, dass irgendwas hier wieder passiert. Gehe ich, komm. Komm schon, Miner. Ja, ich weiß, dass du da... Uah, unten bist. Komm her. Uah. Kacke, was ist denn das für eine... Waffe? Yes, sir. Meine Fresse, so. Auch wieder sehr schön mit den Texturen hier. So, war es das jetzt? Waren wir da unten schon oder kommen wir da noch hin? Ich gehe einfach erstmal weiter. Wir werden es rausfinden. Ich sehe Energie. Energie ist gut, aber ich höre auch schon wieder... Ach, nö. Typen mit schweren Masch... Alter, was halten die denn... What? Wieso stirbt der nicht? Wieso stirbt der nicht? Willst du mich jetzt verarschen? Hä? Wieso kann ich den nicht töten? Hä? Alter, wer bist du denn? Wieso? Was war das denn jetzt für ein Typ? Jetzt ist er weg? Keine Ahnung. Jetzt ist aber hier irgendwo einer da. Wir werden versuchen, dich zu halten und schützen, Parker. Du musst Hendrixen in der Merck Base treffen. Gute Glück! Was ist das jetzt noch für ein Gang hier? Oder ist das der andere... Achso, jetzt bin ich hier unten. Okay. Nö, dann sind wir da wohl falsch. Ich denke mal, wir müssen hier hinten lang. Ein bisschen Energie wäre jetzt nicht schlecht, weil ich die irgendwie hier in dieser komischen Explosion gerade verloren habe. Hast du zufällig was dabei? Nein, natürlich nicht. So. Speichern. Wo es geht. Ich mag diese Typen in ihren Rüstungen nicht. Ja, komm mal ein bisschen näher. Toll. Haben die denn irgendwelche besonderen Waffen oder was ist das? Keine Ahnung, oder habe ich irgendwas verpasst? Shit. Also irgendwie darf ich nicht getroffen werden. Warum? Weiß ich nicht. Ich meine, die letzte Aufnahme ist jetzt auch schon ein bisschen her. Wurde da irgendwas gesagt, was ich jetzt wieder verpasst habe? Ist hier irgendwie giftige Atmosphäre oder sowas? Da ist ein Gang, hier ist ein Gang. Gucken wir erstmal hier rein. Ja, schon richtig zu sein. Oder gehe ich jetzt gerade irgendwie zurück? Nee. Nö, sieht gut aus. So, was ist denn das hier? Ich habe irgendwo einen Gegner gehört, aber... Ach, scheiße, wo ist der? Da oben. Bam, Headshot. Okay, wir können nur nach oben gehen. Dann gehen wir da mal hin. Da, nee, ist das Blut? Nee, ist nur rotes Licht. Ähm, tja. Wobei, wir können jetzt hier runterspringen, aber... Wahrscheinlich ist es nicht so gedacht, also gehen wir hier einfach mal weiter. Wo wir nicht... Obwohl, da können wir weiter. Ja, da rein oder? Ich gehe hier erstmal rein. Wird schon richtig sein und sonst gehen wir halt zurück und gucken mal, was da unten noch so ist. Da liegt Munition für... keine Ahnung was. Ah, epische Musik setzt ein, dann sind wir hier bestimmt richtig. Da ist ein Typ, der hat uns nicht bemerkt. Ach so, wahrscheinlich wären wir... Also der andere Weg würde da wahrscheinlich ran führen. What the fuck? Ah, ich glaube, das war eine dumme Idee. Ah! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Mach die Tür zu! Scheiße! Ja, das war eine dumme Idee. Au. Huiiii! Autsch. Das war auch eine dumme Idee. Okay, merke den Typen, der uns nicht bemerkt hat, nicht auf uns aufmerksam machen. Wobei der schon ziemlich dämlich und schwerhörig sein muss, wenn der jetzt nicht merkt, wie wir hinter ihm in diese Tür da reingehen. Aber gut. Nö, er hat nichts bemerkt. Dann schnell die Tür zu. Gut. So, wo sind wir jetzt? Jedenfalls nicht mehr... Evakuierungsmodus. Alle Unternehmen vorbereiten für die Evakuierung in die Evakuierung. Evakuierungsmodus. Wir sollen uns vorbereiten für die Evakuierung. Vermutlich sind wir damit aber nicht gemein, sondern nur alle anderen Leute, die hier sind. So, hier ist doch bestimmt wieder in diesen Schränken... Ne, doch nicht. Diesmal nicht. Oh, oh. Äh... Gas?